Ja, der muss auch wieder aufs Video. Jetzt hier, komm, du bist wieder aufs Video. Komm! Ja, machen wir ja die Doppelbiceps-Pose. Doppelbiceps-Pose. Timo Besemer, die Doppelbiceps-Pose. Die Nachwuchsathletin vom Life Fitness Mainstadt, sehr gut. So, wir haben jetzt wie viel Kilo hier drauf. Was haben wir ausgerechnet? 150 mit Stange. 150 inklusive Stange. Und die machen ohne Bandagen, ohne Gürtel. Mal gucken, jetzt kommt der fünfte Satz. Fünfter Satz. Und der letzte Satz, vierter Satz war am 6. Kilo. Gucken wir mal auf der dritten Kilo. Die Nachbars fishermen sind onderd Champs-Spiel. Doch, wir begrünen, die Doppelb equipped haben beset coworkers zum Beispiel für Gürtelbium, Doppelbromagnet drauf. Doppelb 감zieren haben nemen uns. wird das mal das in die wäre, die Achtung mehr zum Elegen sind machen, fünf mit dem Ächtung. Vielen Dank.